Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns! Ihr habt's vielleicht gesehen. 6K. Ich versuch's jetzt. Mit Diddy und Trank. Ohne Squawks. Das geht ja nicht mehr. Das heißt, ich muss die Puzzleteile wieder einsammeln. Aber jetzt oder nie. Ein Versuch. Für alles. Oh man, bitte schafft ihr das. Weil so ein Trank, der ist nicht billig. Ähm, wo war denn das erste Puzzleteil? Oh Gott. Irgendwo rechts dann, ne? Komm schon. Genau. Damit hätte ich das. Der zweite war hinterm Block. Und dann hat Squawks wieder ausgeschlagen. Mehr weiß ich nicht. Immer noch kein Treffer. Ich würde... Diesen Level packe ich jetzt mit allen 10 Blöcken. Das zweite. Ich will's schaffen. Okay. Hier hat er ausgeschlagen. Aber wo? Ach, diese Elektro-Kacke da. Oh man. Erster Treffer. Oder würde das... Vielleicht hat er das hier gemeint. Und was... Wie geht's weiter? Okay. Hier ist nichts Wichtiges. Ähm. Och nö. Wollt ihr mir jetzt das erzählen? Was denn das? Ach. Bitte. Das wäre so geil. Ja, treff mich ruhig. So oft du willst. Da ist sie nur... Ist mir jetzt egal. Es fehlt nur noch ein Puzzleteil, oder? Das ist hier, bitte. Fuck. Bitte, bitte, bitte. Ach nö. Moment. Nee, oder? Na toll. Oh, verdammt. Wo kann das... Ach. Aber immerhin hab ich's Level geschafft. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Erfolg. Naja, geht so. Ich glaub, anders krieg ich das Level gar nicht gepacken. Okay. Hm, hm, hm. Nochmal da rein. Oh je. So, ich muss mir noch mal einen Trank holen, weil... Ich glaub, das geht sonst auf keine Kuhhaut hier. Ja. Squawks oder Trank? Eine schwierige Entscheidung. Aber wir sollten uns einfach nochmal genauer umgucken. Nur noch ein Puzzleteil in diesem blöden K-Level. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber immerhin. Immerhin. Wir haben's schon weit gebracht, Leute. Wir haben jetzt sechs von acht Kugeln. Ja, Treffer Nummer eins. Oh Gott. Jetzt steck ich aber ganz schön ein. Ich bin ein bisschen unkonzentriert wieder. Okay. Komm her, du Elektro-Fiesch. Oder lieber nicht. Vielleicht hat das Quox hier trotzdem was gemeint. Da ist auch nix. Das haben wir ja. Da haben wir alles aktiviert und dann kam links in der Nische. Ich hab keine Wahl. Ich muss hier einfach Ausschau halten. Puh. Hart. Da war die Nische. Die ist hier rechts auch. Lass es einfach drin sein. Tatsächlich. Tatsächlich. So, ihr könnt mich jetzt treffen bis zum Umfallen. Ist mir egal. Ja. Der Trank ist hier absolut das richtige Item. Nix wie Abbandstil. Cool. Wir sind von der anderen Seite rangegangen. Auch nice. Auch nice. Dioramengalerie. Okay. Wir haben's geschafft. Welt 6 komplett beendet. Jetzt geht's wieder in die Fabrik. Ich schau nochmal durch, was schön ist. Genial. Welt 7. Fabrik. Puzzleteile. 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 Beides. Okay. Bis auf ein Level. Eigentlich immer nur die Puzzleteile. Da war ich also schon ganz gut im Suchen von Kong-Buchstaben. Kreucherwerk. Wir nehmen Spokes einfach mit. Der wird uns schon den Weg weisen. Das war eine ganz coole Welt. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Relativ. Wobei dieses Puzzleteile-Suchung mir langsam auf den Keks geht. Muss ich sagen. Donkey Kong 81 im Hintergrund. So, wie viele? Wir haben 4 von 7. Aber den Level fand ich richtig schön. Den zocke ich gerne wieder. Achtung, hier ist was. Ach, da oben. Jetzt sehe ich es. Ja, dank Quox weiß man, wann man gucken muss. Aber wie kommen wir da hin? So? So billig. Bis dann und ciao. Das hat mich damals gar nicht geschockt, diese Nebel. Und tut er auch heute nicht. Und das Ding im Vordergrund, das haben wir auch. Checkpoint. Ich will dir die behalten, also macht euch weg. Ich nehme das Herz lieber an mich. Verdammt. Ach so. Hm. Ich habe jetzt einfach nur da dran gedacht. Wie ich da am besten runterkomme. Ja, Papagei. Schlag mal wieder aus. Oh, macht er sogar. Was ich fäbbeln? Ich schätze im Vordergrund etwas. Ähm. Danke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Mein lieber Vogel. What? Da habe ich nichts gesehen. I have died. Ach, nerf mich nicht. Ich will nur hoch ans Herz. Hm. Ohne Didi ist die Welt viel schwieriger. Ja. Ja. Komm schon. Da muss ich mal überlegen und gucken. Wie wir da wohl hinkommen. Da im Vordergrund? Ich meine, von rechts kommen wir ja nicht mehr dran. Hm. 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 Hä, ich verstehe es nicht. Was meint der? Da muss ich genau hingucken. Ich weiß nicht, was er meint. Was wir machen müssen. Geh weg. Pfff. Keine Ahnung. Ach, komm. Wir können Wolken wegpusten. Da ist ein Puzzleteil, aber da bin ich schon hingesprungen, Freundchen. Wir können die Wolken wegpusten. Klar. Rein von der Logik her, natürlich. Aber trotzdem habe ich es nie... ...gemacht. Okay, jetzt bitte kein Fail. Ja, das ist logisch. Okay. Dann jetzt noch berufsamer ans Ziel. Und dann haben wir wieder was geschafft. Da habe ich noch eins eingesammelt. Okay. Ach, nee. Das war doch der Schalter zum Ziel, oder nicht? Der Schalter, der den Rauch wegbläst. Was soll's. Wir sind gut unterwegs. Kaputz, kaputz, kaputz. Ganz genau. Ach, das war schön. So nach dem Motto, die Fabrikwelt kann starten. Ach ja, was ein schönes Spiel. Nein, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Puzzleteile, 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 Puzzleteile. Im nächsten Part. Bis dann und ciao. Puzzleteile. Puzzleteile oder Pzzleteile. Puzzleteile. Und dann T